oder wir machen es anders noch eine andere idee steine also ziegel und auf jeder seite mache ich zwei wo ziegel abgeladen werden können die nicht gebraucht werden ja holz also holz die acht in der mitte gras und steine also hier steine hier gras nee das ist eine ungerade zeit das geht überhaupt nicht eisen und schwefel jeweils vier ja gut das heißt da gibt es jetzt viel zu bauen für euch jungs das heißt auch dass die nichts mehr akzeptieren die nichts mehr akzeptieren das hier eigentlich alle nichts mehr akzeptieren ach ja hackblöcke das hier 1 1 1 2 1 2 3 5 wie gesagt hier ist für steine die vier sind für ziegel die zwei sind erstmal gesperrt dass sie keine steine konvertieren und sind für steine die zwei sind für gras und die sechs sind für holz die acht sind für schwefel und die acht sind für eisen und die stellen erst mal keine bretter mehr her das heißt ihr könnt steine abtransportieren ihr könnt gras abtransportieren und eisen und alles andere auch und und ja ja Was ist das? so das kann es eine weile dauern aber es ist auf jeden fall wert dass wir dann alles in unserer basis haben vielleicht bis auf die ziegel die noch hier draußen rum liegen so ich muss ja nur anwählen sagen räumt das lager und dann rennt ach ja das bisschen gras hier noch natürlich ja 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 so fern wir nach und nach ja 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 ihr füllt mal die beiden steinkisten naja toll jetzt haben sie das schon wieder zurückgelegt egal nein du dimmst schön mit so jetzt brauche ich wieder vier noch mal vier da ist jetzt schon mal wenigstens schwefel drin das eisenrein ja ne 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 dass ich den nicht verschieben kann hier ist alles dann soweit in ordnung du mach mir mal ein paar bomben das wäre es sein wenn man was zu tun hat so und mal hier doch die restlichen steine auf Oh, okay. so dass das dann nehmen wir mal das parapet so und dann nehmen sie sich hoffentlich hier erstmal blöcke so und die die nichts zu tun haben können sich blöcke schnappen und sie da abladen hier soll ich beide blöcke nehmen und benutzen genauso wie ihr zwei nehmt sie tragt sie hier rein bitte so Bauauftrag abreißen, 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 abreißen bitte so dann versetzen wir nämlich hier draußen endlich mal alles in seinen urzustand hier ist auch die kiste mit dem gras gut da ist ihr habt zu tun wir hätten ja auch jetzt wieder Platz für Eisen und Schwefel von daher so und du gehst dir jetzt mal Bomben schnappen und weiter Holz abbauen na 10 Bomben braucht er ja weil das Holz da können wir schön wieder verwenden und dadurch dass es freisprengen kann so das dürfte dann alles hier an holz oh äh nicht so nah nicht so nah nee so ups na egal so das war das Holz hier jetzt kümmern wir uns noch um das Holz da oben na ich sehe gerade abbauen heißt bei denen einfach kaputt machen es wäre so schön wenn wir da die Deckschicht wieder drauf machen könnten so wirf mal wo wirfst du denn hin hm so jetzt warten wir erstmal ab dass sie da abbauen bauern ein hockblock haben wir auf jeden fall wieder die zweiten auch tja der Bauauftrag ist jetzt auch erledigt das heißt wir machen einen neuen mit Steinchen und setzen jetzt auf den Berg fred die letzten beiden Mauer rein so so und dann brauchen wir noch zwei von denen und Treppe und Treppe hm falsche Treppe so 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 perfekt und da haben wir vergessen ein Ding abzureißen so ist die Frage sind alle Baumstämme hier lose jetzt sehen fast lose aus nochmal gucken mit auf jeden fall wieder gutes Holz zusätzliches aber ja unsere Burg nimmt langsam wirklich schöne Formen an findet ihr nicht? ich hoffe doch mal ja bald können wir dann auch Türen einbauen und ja was wir mit dem Gras machen muss ich noch überlegen das sind immerhin 60 Gras sehen wir wenn es soweit ist so ich würde sagen an dieser Stelle speichere ich erstmal wieder speichern und überschreiben und dann werde ich einen Cut machen mal wieder so also bis gleich bis gleich über die